Wir sehen auch noch 108 Taifun. Sorry, die ist heute Morgen schon angesagt. Aber die sehen wir hinten ausgestellt, das ist der Sint und Blau und Rieger. Der Start ist jetzt, wie wir sagen, die beiden Flugzeuge haben einen Sternmotor mit 250 PS. Das ist einfach ein Fühlmotor, wo die beiden Sternmotor erwarten, aber ich denke, sie sind seit 18 Jahren wieder da. Das ist doch ein Treppensturm. Was läuft? Nein! Das ist eine Szene. Nach der Patroneo haben wir Markus Riesch auf seinem VOTEC. VOTEC ist die Hauptschweizer Flugzeuge, die von Maxo Vogelsang gebaut wurde und entwickelt wurde. Die Vogelsang haben eine ganze Reihe von Kunstflugzeugen und anderen Flugzeugen entwickelt. Wir wollen nicht raus. Wir haben gerade Informationen bekommen, dass der Mohan unterwegs ist, von der Wald- und Asylissensie vorgeholt getroffen. Wie gesagt, das ist ein Haltjachtflugzeug, das wir sehr groß in zweiter Weise. Das ist ein Haltjachtflugzeug. 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 Vielen Dank.